weiter vielleicht könnt ihr die letzte folge nicht sehen weil ich sie nicht hochladen konnte hier dieses fahrzeug oder ich war mir so ein ähnliches jeden fall kann ich ein was sagen weil die letzte folge eingeladen werden konnte ich habe mir auf jeden fall geplant dass ich bei wow robots neue sachen die stelle ich dann vor wenn es klappt selbst wenn es nicht klappt werde ich vorstellen weil wenn es klappt dann werdet ihr gleich eins dieser neuen sachen action sehen weil sie es schon die neuen sachen sind sehr op als es sehr overpowered und nun lass uns in den kampf dieses mal nicht auf erfolgen weil verfolgen geht mir auf die nerven weil man da nicht fliegen kannst du gut die farm auch nicht und ich bin auf dem mond nicht auf verfolgen und ich weiß nämlich nicht welches jetzt ausgewählt ist und bitte das ist der mond sein gewartet ja ja lukas jetzt werden sie mal ein paar rote Leute töten ey komm was passiert wenn ich das nütze? wenn ich das habe in der nütze? oder? wir müssen mich für sogar 5 Minuten, können wir mich nicht töten ganz leicht hm was ist mit Geld? gibt es? ne aber wir verlieren ich kann es nicht nutzen ich kann es nicht nutzen das ist ein Blatt ne jetzt kann ich schon wieder dieses Fernrohrteil nicht nutzen oder? ich werde es nicht tun komm ey was wolle ich habe den Typen getroffen ich habe den Typen getroffen ich habe den Typen ich hasse dich fremde fremde Nein, jetzt wurde ich auch noch zu stür... Ja, gang over. Hier und da haben wir verloren. Naja. Was ballt er denn auf mir? Wieso geht der Lukas nicht weg? Hier wird es nicht so, dass der Lukas kommt. Ah, Lukas ist der Typ. Der Typ, der Typ, wo mir auf die Nerven geht. Der gerade wieder mit der Lukas rauskommt. Nein, ich dachte ich doch auch. Richtig, dass ich für mich... Hier gehen wir die... Das war nur richtig. es wird langsam langweilig fehler behoben wird und es wird nur wenn ich noch mal raus 200 junge ich habe jetzt nur noch wir gehen zurück auf den mond da kann ich so gut fliegen zu schön jetzt schön so hui es geht nach oben es war ohne kraft zu schnell weil keine schwerkraft da ist eigentlich viel höher fliegen also leute lasst euch jetzt die Ah, der hat sich sozusagen dazu extra hingebaut. Okay, das erklärt alles. Wir können sie es ja anschauen und leisten. Ich wollte es halt jetzt wissen, wieso wir das nehmen. Schaut mir in die Kommentare, ob das kurz mal da war oder ob ich blind war. Entweder ich bin blind oder es war da oder es war nicht da. So ein Fadenkreuz. So ein Fadenkreuz. Das ist ja... Nein! Ich bin auch schon. Ich bin auch schon. Ich bin auch schon. Auch schon. Auch diese Pflanzen. Ja, ich auch. Ich bin auch schon ein Fadenkreuz. Ich bin auch schon an der Fadenkreuz. Ich bin auch schon an der Fadenkreuz. Ich bin auch schon an der Fadenkreuz. ich bin wieso haben mich diese blauen Typen angegriffen ich bin die Typen angegriffen ich bin da oben Das war's. Okay, durch den wurde ich jetzt besiegt. Okay. 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 Okay.